Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Im heutigen Video stelle ich euch 5 interessante Aktien für Anfängerinnen und Anfänger vor. Hierbei gehe ich zuerst darauf ein, worauf sollte man bei der Aktienauswahl als Beginnerin oder Beginner achten. Ich stelle euch 3 Aktien aus den USA vor und 2 Werte aus Europa. Alle Werte kommen hierbei aus unterschiedlichen Branchen und alle Werte bezahlen eine Dividende. Und nun viel Spaß euch beim Video. Aktien für Anfängerinnen und Anfänger sollten sich besonders durch ein leicht verständliches Geschäftsmodell auszeichnen. Idealerweise hat man bereits Berührungspunkte zum Unternehmen im täglichen Leben. Idealerweise gibt es Dividendenausschüttungen. Dies hilft euch vor allen Dingen in Abwärtsphasen, wenn die Kurse zurücklaufen, hier nicht auf den Verkaufsbutton zu drücken. Und diese Phase könnt ihr dann leichter überstehen, weil ihr durch die Dividendenausschüttungen einen zusätzlichen Cashflow generiert. Nach Möglichkeit sollte man keine zyklischen Unternehmen für den Start nehmen, wie zum Beispiel klassisch die Autobranche. Dies ist ein sehr zyklisches Geschäft. Idealerweise sind die Aktien sparplanfähig, da besonders Anfängerinnen und Anfänger sich meist nicht trauen, eine etwas größere Position auf einmal zu kaufen. Somit kann ein Einstieg über Tranchen leichter erfolgen. Auch beim ersten Kauf von Aktien für Anfängerinnen und Anfänger sollte bereits darauf geachtet werden, nicht nur Unternehmen aus einer Branche oder nur aus einem Land zu kaufen. So kann man gleich das Klumpenrisiko vermeiden und investiert lieber in unterschiedliche Branchen und über mehrere Länder hinweg. Alle heute vorgestellten Unternehmen kommen daher aus fünf unterschiedlichen Branchen. Das Produktportfolio vom ersten Unternehmen, was ich euch mitgebracht habe, geht von Babycreme über Darmenbinden bis hin zu Arzneimitteln. Alles bietet dieser Pharma-Riese. Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir seit einem Jahr einen Kursgewinn von minus 1,6% erreicht haben. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 448,4 Milliarden Euro. Damit ist man ein sehr großes Unternehmen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 17,0 und somit etwas über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 16,4. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 4,8 und somit auch etwas über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 4,3. Die Dividende beläuft sich derzeit auf 2,56%, wurde dabei seit 60 Jahren nicht gesenkt. Somit ist man auch ein Dividendenkönig. So bezeichnet man alle Unternehmen, die mehr als 50 Jahre die Dividende erhöht haben. Und der Payout auf den Free-Cash-Flow liegt bei 58,6%. Die Zahlungen der Dividenden erfolgt viermal im Jahr und die Herkunft des Unternehmens sind die USA. Man bekommt aus der Branche der Gesundheit und hier im Bereich Pharma. Dann habe ich euch noch die TraderFox-Scores mitgebracht. Hier der Qualitätsscore bei dem Unternehmen bedäuft sich auf 12 Punkte, der Dividendenscore auf starke 15 Punkte und der Wachstumsscore erreicht 8 Punkte. Das hier vorgestellte Unternehmen ist Johnson & Johnson. Da ich auf meinem Channel bisher Johnson & Johnson noch nicht vorgestellt habe, gucken wir uns nun mal die Übersicht der Marken von dem Konzern an. Hier im Bereich Damenhygiene wäre zum Beispiel Carefree oder OB zu nennen. Dann ist sicherlich Olynd Nasenspray auch noch sehr bekannt. Für Babys gibt es natürlich die Penatencreme. Und BB dürfte euch sicherlich auch bekannt sein. Alleine die Consumer Health-Sparte bietet eine Vielzahl an bekannten Marken unter dem Dach von Johnson & Johnson. Johnson & Johnson möchte gerne seine Consumer Health-Sparte bis Ende 2023 ausgliedern. Schauen wir uns nun mal an, wie sich die Umsatzverteilung die einzelnen Bereiche gliedert. Den größten Bereich macht Pharma aus mit 46,5%. Gefolgt von medizinischen Geräten mit 34,9% und der Bereich Consumer Health, den man auslagern möchte, macht 18,5% vom Umsatz aus. Und falls ihr möchtet, dass ich euch Johnson & Johnson mal genauer vorstelle, schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann mache ich euch ein Video dazu. Als zweites Unternehmen habe ich euch den großen Software-Giganten aus Deutschland mitgebracht. Hier auch der Blick aufs Chart zeigt, dass wir zuletzt den Abwärtstrend verlassen haben und nun der Kurs sich wieder gefangen hat. Anlegerinnen und Anleger haben auf Einjahressicht mit der Aktie 26,6% verloren. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 107,8 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 17,7 und somit unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 19,1. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 3,6 und somit auch unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 4,4. Hier habe ich euch die Dividende mit 2,11% angegeben ohne die Sonderdividende, da die Sonderdividende nur in diesem Jahr bezahlt worden ist. Die Kontinuität hierbei ist seit 28 Jahren nur die Dividende nicht gesenkt und der Payout auf den Free Cash-Lope läuft sich auf 70,4%. Die Zahlung erfolgt einmal im Jahr und das Unternehmen kommt aus Deutschland und ist in der Branche Technologie- und IT-Dienste zu Hause. Der TraderFox Qualitätsscore erreicht 14 Punkte, der Dividendenscore kommt auf 9 Punkte und der Wachstumscore erreicht 5 Punkte. Das hier vorgestellte Unternehmen ist SAP. Zur SAP habe ich auch eine ausführliche Analyse gemacht. Das verlinke ich euch oben in der Kachel sowie auch die anderen Unternehmen, die jetzt noch folgen werden. Das nächste Unternehmen kann für Anfängerinnen und Anfänger auch sehr spannend sein. Denn über 50.000 Produkte hat dieses Unternehmen im Sortiment. Der Blick aufs Jahreschart zeigt, dass wir zuletzt den Abwärtstrend verlassen haben und Anlegerinnen und Anleger einen Kursgewinn bei der Aktie von minus 25,6% aufs letzte Jahr erzielt haben. Die Markttapitalisierung beläuft sich auf 82,9 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 14,5 und somit deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 19,3. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 2,4, ebenfalls deutlich unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 3,2. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 4,03%, wurde seit 64 Jahren nicht gesenkt. Damit ist man wie Johnson & Johnson auch ein Dividendenkönig. Und der Payout auf den Free Cash Flow liegt bei 78,9%. Die Zahlungen erfolgen viermal im Jahr. Man kommt ebenfalls aus den USA und ist in der Branche Industrie und hier im Bereich Industrie-Konglomerate tätig. Der TraderFox Qualitätsscore beläuft sich auf 9 Punkte, der Dividendenscore kommt auf 12 Punkte und der Wachstumsscore erreicht 3 Punkte. Hier ist das vorgestellte Unternehmen 3M. Auch das habe ich euch, wie gesagt, oben verlinkt. Das nächste Unternehmen profitiert vom passiven Anlegen in ETFs. Hier sieht man auch schön im Jahreschart, dass er den Abwärtstrend, die diagonale blaue Linie, habe ich euch hier eingezeichnet, deutlich verlassen hat und nach oben hin ausgebrochen ist. Der Kursgewinn auf Einjahressicht beläuft sich auf minus 21,8%. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 104,9 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis liegt bei 19,8 und somit etwas höher als der 10-Jahres-Durchschnitt von 17,6. Das aktuelle Kursumsatzverhältnis liegt bei 5,5 und der 10-Jahres-Durchschnitt bei 5,2. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,59% und die Dividende wurde seit 18 Jahren nicht gesenkt. Der Payout auf den Free Cashflow liegt bei 62,2%. Die Zahlungen erfolgen viermal im Jahr und die Herkunft sind die USA. Man ist im Bereich Finanzen und hier der untere Bereich Investment Services tätig. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf starke 15 Punkte, der Dividendenscore mit 14 Punkten kann ebenfalls überzeugen. Nur beim Wachstumsscore mit 6 Punkten schneit das Unternehmen derzeit etwas schlechter ab. Das hier vorgestellte Unternehmen ist BlackRock. Das ausführliche Video zu BlackRock habe ich euch ebenfalls in der Infokachel hinterlegt. Kommen wir nun zum fünften Unternehmen. Hier ist es so, dass Lebensmittel und Haushaltsprodukte sowie Pflegeprodukte hergestellt werden und diese werden quasi egal zu welcher Zeit immer verwendet. Und auch dieses Geschäftsmodell ist sehr leicht verständlich. Wenn man sich wäscht, dann nimmt man Duschzeug und wenn das Duschzeug leer ist, kauft man Neues und somit verdient das Unternehmen Geld. Auch hier der Blick aufs Jahreschart zeigt, dass wir uns zuletzt deutlich erholt haben und wieder nach oben gelaufen sind. Und Anlegerinnen und Anleger haben auf Einjahressicht derzeit minus 3,2% Kurs verloren. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 120,9 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis liegt mit 18,3 noch etwas unter dem 10-Jahresdurchschnitt von 19,8. Beim Kursumsatzverhältnis erreicht man 2,0, was auch noch niedriger ist als der 10-Jahresdurchschnitt von 2,2. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,63%, wurde seit 0 Jahren gesenkt. Der Payout auf den Free Cash Flow liegt bei 67,3%, bei 4 Zahlungen im Jahr. Die Herkunft des Unternehmens ist Großbritannien. Man ist im Bereich des unzyklischen Konsums und hier im Bereich Haushalts- und Pflegeprodukte tätig. Schauen wir uns die TraderFox-Scores an. Beim Qualitätsscore erreicht das Unternehmen 8 Punkte. Der Dividendenscore kommt auf 12 Punkte und der Wachstumscore erreicht 6 Punkte. Natürlich habt ihr das Unternehmen schon längstens erraten. Nämlich dieses Unternehmen ist Unilever und jedes kleine Kind versteht, wenn es ein Magnum-Eis ist, dass hier das Unternehmen Geld verdient und somit das Geschäftsmodell leicht verständlich ist. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Noch etwas aus eigener Sache. Ich habe jetzt die 100-Abonnenten-Marke geknackt. Vielen Dank euch dafür, für euren Support und dass ihr mir ein Abo dalasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video bewertet, mir einen Kommentar schreibt, was ihr von den vorgestellten Unternehmen haltet. Gerne meinen Channel abonniert, dass ich meinen Channel weiter wachsen kann. Und teile das Video auch gerne mit deinen Freunden. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Risikohinweis. Das Video stellt lediglich die Meinung des Autors dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der gezeigten Daten im Video übernommen.